Ohohohoho. Es ist wieder soweit. Ein Livestream für Hörspiel-Nerds. Das ist eine ganz bestimmte Gattung von Menschen. Oftmals haben sie übergroße Ohren Hahaha. Sie kennen jeden alten Sprecher beim Namen und wissen, was er zum Mittag gegessen hat. Und sie sind nach wie vor Retro. Retro ist keine Einstellung. Retro lebt man. Hör mal zu aktiv. Der Livestream am Sonntag um 21 Uhr. Klick rein. Oder hast du sonst was vor? Hör mal zu aktiv. 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 Hör mal zu aktiv.